Gibt es einen neuen Adam? Und gibt es eine neue Eva? Der Kern des christlichen Glaubens besteht darin, dass Christus uns durch seinen Tod erlöst hat. Seine Liebe bis ins Äußerste hat die Kraft, die Lieblosigkeit aller Sünden, aller Menschen, aller Zeiten aufzuwiegen. Doch Erlösung bedeutet nicht nur unsere Rettung und die Öffnung des Himmels für eine Rückkehr zu Gott. Die Erlösung vollzieht sich als eine Neuschöpfung. In diesem Sinn spricht Paulus, wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Die Korintherbriefe nennen Christus ausdrücklich das Haupt einer neuen Schöpfung, sprechen von ihm als Adam und lebendig machendem Geist, benennen den himmlischen Ursprung dieses neuen Stammvaters. Die Vorstellung von Christus als neuer Adam hat ihre Wurzeln jedoch schon im Alten Testament, in denen das messianische Reich einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißt. Zwar leben wir auch jetzt nach dem Kommen des Messias hier noch in einer gewissen Vorläufigkeit, doch dieses Neue, diese Neuschöpfung, das Leben aus der Gnade hat bereits begonnen. Und das nicht zuletzt durch die Sakramente. Wir sehen es in der Taufe, deren Ritus ein Sterben, wir gehen im Wasser unter, und ein Auferstehen, wir tauchen aus dem Wasser auf, darstellt und im Inneren der Seele diese Neuschöpfung wahrhaft bewirkt. Wir sollen als neue Menschen leben. Wir sind die Nachkommen eines neuen Adams. An diesem Punkt stellt sich eine Frage. Wenn es einen neuen Adam gibt, gibt es dann auch eine neue Eva. Damit wir dies beantworten können, müssen wir zunächst die Figur der Eva selbst besser verstehen. Nach den ersten Seiten von Genesis sind Mann und Frau geschaffen nach dem Abbild Gottes. Sie erfreuen sich einer ursprünglichen Gerechtigkeit und damit der Freundschaft mit Gott. Eva wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht Eva genannt. Die Schrift spricht von Isch, dem Mann, und Ischer, der Frau. Nach Brent Petry vermutlich ein Wortspiel, da die Begriffe zwar verwandt sind, aber keine bloß männliche und weibliche Form eines einzigen Wortes darstellen. Das Wortspiel besteht darin, dass so wie Adam aus der Erde, hebräisch Adama, hervorgeht, geht auch die Frau aus dem Mann hervor. Isch, Ischer. Die Stelle mit der Rippe, die in bildhafter Sprache das Verhältnis von Mann und Frau als ebenbürtig und von Liebe geprägt charakterisiert und auf die Schutzverpflichtung der Frau durch den Mann hinweist. Doch bald lockt die Schlange durch eine Lüge zur Sünde und im Fall sind Mann und Frau vereint. Leid und Tod halten Einzug in die Welt. Doch auch die Schlange wird bestraft und ein Konflikt zwischen ihr und der Frau vorhergesagt. Zur Schlange gewandt spricht Gott, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau zwischen deinem Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Soweit ein kurzer Überblick über diese sehr bekannten biblischen Kapitel. Vier Dinge wollen wir aus dieser bildhaften Erzählung hervorheben. Erstens die Identifikation zwischen der Schlange und dem Teufel. Das hervorzuheben mag vielleicht manche überraschen, denn uns ist genau diese Leseart selbstverständlich geworden. Allerdings wird dieser Bezug im Text von Genesis selbst nicht unmittelbar unterstrichen. Dies tun ausdrücklich erst spätere jüdische Schriften, wie das Buch der Weisheit oder das Leben Adams und Evas, eine pseudepigraphische Schrift des ersten Jahrhunderts, die auch den Namen Apokalypse des Mose trägt. Das zweite ist die Erwähnung des Todes als Konsequenz für alle Menschen. Ein Thema, das ebenfalls die spätere Weisheitsliteratur, wie das Buch Jesus Sirach reflektiert, Texte wie Pseudophilon oder das nicht-kanonische vierte Buch Esra. Der Tod zusammen mit dem Verlust der ursprünglichen Gerechtigkeit markiert die später in der Theologie ausformulierte Erbsündendehre. Das dritte ist der Umstand, dass Eva ihren Eigennamen erst nach dem Sündenfall erhält. Bis dahin wird sie stets Ischer, Frau, genannt. Dass sich dies nach dem Sündenfall ändert und die Ischer zur Eva wird, dem wird in der Interpretation des Textes oft eine Bedeutung beigemessen. Die Namensgebung wird in diesem Fall als Folge der Sünde verstanden. Der Mann ignoriert die Ebenbürtigkeit der Frau und hebt sich über sie. Denn etwas zu benennen, wie es Adam zuvor für die Tiere tut, drückt im biblischen Kontext oft eine Hoheit und Gewalt über den Benannten aus. Ein Grund übrigens, warum der Name Gottes oder seine Umgehung in der biblischen Offenbarungsgeschichte einen so großen Platz einnimmt. Gott ist dem Menschen eben nicht gefügig, wie die Götzen, die mit Namen gerufen werden. Gott ist dem Menschen nicht untergeordnet. In den beiden Schöpfungsberichten wird Eva also nur einmal Eva genannt, nach dem Fall. Vor dem Fall hingegen spricht die Schrift schlicht von Ischer, der Frau. Der vierte und wichtigste Punkt ist die Interpretation des angekündigten Konfliktes zwischen der Schlange und der Frau. Die Prophezeiung wird schon bald im Judentum messianisch gedeutet. Im aramäischen Targum Neophyti liest man, Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Söhnen und ihren Söhnen. Für ihre Söhne aber wird es ein Heilmittel geben. Für dich aber, o Schlange, wird es kein Heilmittel geben. Denn sie, die Kinder der Frau, werden am Ende, am Tag des Königsmessias, Versöhnung finden. Und im ersten Buch Henoch steht unter anderem geschrieben, Hier finden wir nicht nur einen allgemeinen messianischen Bezug. Auch der Name Evers, welcher Mutter der Lebendigen bedeutet, erhält eine weiterreichende Heilsbedeutung. Es klingt jenes neue Leben an, das über dem bloßirdischen steht. Es ist also nicht von ungefähr, dass spätere Autoren bei diesen Versen von Genesis immer wieder vom sogenannten Proto-Evangelium sprechen. Einem ersten Evangelium, das gleich nach dem Fall die Menschen auf einen Retter hoffen lässt. Wie eingangs schon gezeigt, hat Paulus explizit einen Bezug zwischen der ersten, gefallenen Schöpfung und der Neuschöpfung in Christus hergestellt. Doch auch Johannes zieht Parallelen. Und in seinem Evangelium schenkt er zudem der neuen Eva Aufmerksamkeit. Das wird nicht verwundern, denn Symbolik und Typologie sind das Markenzeichen des vierten Evangeliums. Gleich zu Beginn, nach dem Prolog, präsentiert Johannes das Auftreten und Wirken Jesu als eine Neuschöpfung. Auf den ersten Blick ist dies vielleicht nicht sichtbar. Aber die Beachtung der Chronologie macht es deutlich. Johannes beginnt mit dem Zeugnis Johannes des Täufers. Das geschieht am ersten Tag. Am Tag darauf, dem zweiten Tag, hören wir von der Taufe Jesu. Am Tag darauf, dem dritten Tag, erscheinen die ersten Jünger, Andreas und Simon Petrus. Philippus und Nathanael folgen am Tag darauf, Tag 4. Am dritten Tag, der darauf folgt und damit dem siebten Tag, hören wir von der Hochzeit zu Kana. Johannes stellt den sieben Tagen der Schöpfung, also die ersten sieben Tage des öffentlichen Wirkens Jesu gegenüber. Der feierliche Tag der Ruhe der ersten Schöpfung wird durch das feierliche Hochzeitsmahl der Neuschöpfung gespiegelt. Und hier enden die Verweise nicht. Der Wein geht aus. So wie Eva Adam zur ersten Sünde einlädt, lädt nun Maria Jesus ein, sein erstes Zeichen zu tun. Wo in der ersten Schöpfung für die Menschheit Tränen der Bitterkeit folgen, folgt in der Neuschöpfung der Wein der Freude. In diesem Zusammenhang geschieht es daher auch nicht von ungefähr, dass Jesus, der neue Adam, seine Mutter nicht mit ihrem Namen, sondern mit der ungewöhnlichen Bezeichnung Frau anspricht. Dies ist keine Brüskierung, keine Abschätzigkeit, wie manche vielleicht vermuten würden. Kurze Fußnote an dieser Stelle, die Übersetzung der Bibel hat wie so oft einen großen Anteil daran, wie die Passage vom Leser aufgefasst wird. Die Lutherbibel übersetzt zum Beispiel etwas grob, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Die Einheitsübersetzung verwendet das Neutralere, was willst du von mir, Frau? Griechisch steht hier allerdings, ti emoi kai soi, wörtlich, was mir und dir. Die reformierte Zürcher Bibel übersetzt daher mit, was hat das mit dir und mir zu tun? Frau. Hier entstehen ganz unterschiedliche Eindrücke. Dabei lässt sich die erste Leseart durchaus verteidigen und dies geschieht oft mit dem Hinweis, dass es sich im Ursprung um eine Standardformulierung handelt, die allerdings neutral und nicht abschätzig gemeint ist. Man verweist dafür auf Stellen in der Septuaginta, welche diese Formulierung enthalten. Unter diesen befindet sich prominent auch das zweite Buch der Könige 3,22. Und diese Stelle ist wiederum interessant, weil es auch hier um ein ähnliches Wunder geht. Der Armee des Königs geht das Wasser aus und der Prophet Elisha wird gerufen. Er gibt einige seltsame Antwortungen, die an Befolgung allerdings dann Wasser hervorbringt und den Durst beendet. Nach Ansicht mancher Exegeten will Johannes durch diese Formulierung, ti emoi kai soi, die auch Elisha verwendet, auf dieses Wunder anspielen. Das würde nach ihrer Ansicht nach besser erklären, warum Jesus sich scheinbar zuerst verweigert und dann ohne Umschweife trotzdem der Bitte seiner Mutter folgt. Wir müssen hier dazu keine Position einnehmen. Es ist interessant. Wichtig für uns ist nur zu verstehen, dass die Anrede in keinem Fall eine Schikanierung seiner Mutter impliziert. Fußnote Ende. Zurück zur Anrede Frau. Es gibt kein einziges anderes Beispiel dafür, dass ein Jude seine Mutter auf diese Weise anspricht. Und Jesus tut es gleich noch einmal. Und zwar in einem weiteren Schlüsselmoment unter dem Kreuz. Frau, siehe dein Sohn. Spätestens hier sehen wir, dass jene, die das johanesche Frau herabsetzend lesen, irren. Das ist es nicht. Es ist nichts anderes als der Bezug zur Isha, zur Frau der ersten Schöpfung und damit ein Verweis auf Maria als neue Eva, die neben dem neuen Adam erscheint. Die erste Nennung bei Kana geschieht im Zusammenhang mit dem Beginn des Erlösungswerks. Die erste Frau hatte den ersten Adam zur Sünde eingeladen. Die neue Frau lädt den neuen Adam ein, zu seinem ersten Heilszeichen. Die zweite Nennung geschieht in dem Augenblick, in dem in Erfüllung geht, was der Frau der Isha von Genesis nach dem Fall verheißen wird. Denn in dieser Stunde am Kreuz zertritt ihr Nachkomme das Haupt der Schlange. Am Baum des Kreuzes tilgt Jesu Gehorsam den Ungehorsam, der einst am Stamm eines anderen Baumes verderben brachte. Maria steht an der Stelle Evas. Durch ihren eigenen Gehorsam, ihre eigene Fügung in den Willen Gottes ihr viert, ist sie zur neuen Eva geworden. Zur Frau des neuen Bundes. Diese Parallelen zwischen Maria und Eva sind keine neue oder obskure Einsicht. Dass die Rolle Evas im Sündenfall durch die Rolle Mariens in der Heilsgeschichte gespiegelt wird, ist bereits ein Thema in den Kirchenvätern der frühesten Zeit. Justin, der Märtyrer, schrieb Mitte des zweiten Jahrhunderts, Eva hat das Wort der Schlange empfangen und ungehorsam und totgebracht. Er stellt ihr die Jungfrau Maria entgegen, die das Wort Gottes empfangen und Glaube und Freude erhalten hat. Irenaeus kontrastiert Ende des zweiten Jahrhunderts ebenfalls den Ungehorsam Evas und den Gehorsam Mariens. Durch den Unglauben der einen waren wir gebunden, durch den Glauben der anderen wurden wir freigemacht. Ephraim der Syrer, Cyril von Jerusalem, Johannes Chrysostomus, Hieronymus oder Augustinus, um einige weitere Autoren zu nennen, spielen alle auf diese Unterschiede zwischen der alten und der neuen Eva an. Diese Einsichten formen später auch eine der Grundlagen für die Ausformulierung gleich zweier marianischer Lehren, die unbefleckte Empfängnis und die Sündenlosigkeit Mariens. Im typologischen Verständnis der Schrift, also im Betrachten des alten Bundes als schattenhaftes Abbild jener Fülle, die mit Christus gekommen war, gilt als Grundsatz, dass die Präfigurationen des alten Testaments immer geringer sein müssen, als die volle Wirklichkeit, die in Christus gekommen ist. Wenn Jesus der neue Adam ist, ist er größer als der alte Adam. Wenn Maria die neue Eva ist, muss sie größer sein als die alte Eva. Folglich, wenn also Eva ohne Sünde geschaffen war, dann umso mehr Maria. Wenn Eva sündigte im Ungehorsam, dann blieb Maria frei von Sünde aufgrund ihrer vollkommenen Hingabe an Gott. Sowohl Ephraim der Syrer als auch später Augustinus argumentieren so diese Wahrheiten, die später von der Kirche dogmatisch definiert wurden. Dabei ist all dies nicht Mariens eigener Verdienst, sondern ihr ist als erster und auf einzigartige Weise der von Christus errungene Sieg über die Sünde zugute gekommen. Sie wurde mit reichen Gnaden ausgestattet, im Hinblick auf ihre Rolle in der Heilsgeschichte. Doch Gott ist ihr Retter, wie sie im Magnifikat selbst betont. Als neue Eva ist sie immer noch geschöpft und nicht weniger menschlich durch ihr Privileg. Wem ihre Gnadenfülle zu groß vorkommt, bedenke, dass auch Adam und Eva vor dem Fall, ausgestattet mit dem gleichen Sein, vollends menschlich gewesen sind. In Maria zeigt sich lediglich von Anbeginn die unerschöpfliche Gnade der Erlösung, die Christus für uns erwirkte. Eine Gnade, die Maria zur neuen Eva machte, zur neuen Mutter der Lebendigen, zur Mutter eines neuen Lebens und damit auch zu unserer Mutter, die wir selbst Kinder der Gnade sind. Nave mundis Pes Maria, Nave mitis Salve Viva, Nave ebbena Grazia.